Einen schönen guten Donnerstag und damit herzlich willkommen zum aktuellen PQ Primetime Chart Check unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs, wo wir den nächsten Wunsch erfüllen und uns die Biogen Aktien näher anschauen. Das ist auch gar nicht mal so unspannend, denn die Papiere kämpfen gerade um jeden Meter bzw. jeden Dollar und das ist hier wirklich wörtlich zu nehmen, da klafft eine riesige Lücke im Chart und wer es nicht weiß, im März musste Biogen den Abbruch einer aufwendigen Studie zur Entwicklung eines Medikaments gegen Alzheimer bekannt geben, was nicht an dem beinahe unaussprechlichen Namen Aducanumab lag. Und dieser Rückschlag sorgte für einen dramatischen Sell-Off. Innerhalb eines Tages bzw. über Nacht ging es von 320 auf 230 Dollar, wobei der maximale Tiefpunkt, sprich das amtierende Jahrestief, erst am nächsten Tag bei 216,49 Dollar erreicht wurde. Macht ein Minus von roundabout 33 Prozent in der Spitze, das waren definitiv keine Peanuts. Ja und seitdem versucht sich die Aktie mehr oder weniger erfolgreich an einer Erholung und die wurde vorgestern durch gute Zahlen für Q2 sowie eine Anhebung der 2019er Prognose nochmal angeschoben. Zumindest lugten die Papiere kurzzeitig über die Eindämmungslinie, die im Bereich von 243 Dollar verläuft und dringend nach oben durchstoßen werden müsste, um anschließend die 250er Marke und damit das 2018er Jahrestief zu überbieten sowie Kurs auf die 280er Marke nehmen zu können. Da brauchen wir auch gar nicht lange drum herum reden oder etwaige Zwischenziele aufzählen. Die Benchmark ist das Dezember-Tief und damit auch die 200-Tage-Linie, die nur knapp darüber verläuft. Mit einem Aufwärtstrendwechsel im Rücken sollte es dann zügig über das alte Oktober-Tief und über die 300er-Schwelle hinausgehen. Dann wäre zumindest der Anschluss an die beiden Zwischentiefs aus dem Februar bzw. März bei etwa 306 Dollar geglückt. Macht aus dem Stand ein Aufwärtspotenzial von rund 27 Prozent, aber bei allem Turnaround-Potenzial, das die Aktie derzeit bietet, sollte die Unterseite nicht unterschätzt werden. Ein enger Stopp könnte schon bei 230 Dollar liegen, spätestens bei 220 Dollar würden dann aber die ersten Alarmglocken losgehen, denn wenn die Papiere diesen Halt verlieren, dürfte nicht nur das Tief bei 216,49 noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden. Nächste Haltestelle dann übrigens bei 200 Dollar, wobei wir da schon bis ins Jahr 2013 zurückgehen müssen. Und mit diesem Ausrufezeichen sind wir auch schon wieder durch für heute. Einen schönen Tag für Sie, Daumen hoch für mich, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür und Servus, bis morgen! Vielen Dank! Vielen Dank.